Hey. Gut, dass du hier bist. Gesundheit. Das Tier, das du entdeckt hast, ohne Kudu? Bestien. Die ADA hat sie gefangen und ihre Kudu entfernt. Es war brutal. Warum tut jemand so etwas? Um sie zu beherrschen. Das ging schief. Sie litten nur. Konnten nicht gezähmt werden. Und ich war beteiligt. Ich schäme mich so. Sie töten grundlos. Deshalb habe ich die RDA verlassen. Ich konnte nichts tun. Wir müssen das beenden. Sie von diesem Dasein erlösen. Ja. Tu das Richtige. Sonst zerstören sie das Ökosystem. Anker hat seltsame Aktivitäten gemeldet. Das könnten Bestien sein. Ich sende die Koordinaten. Es tut mir leid, dass es so weit kam. Jo, alles okay, Digga. Dann gehen wir mal wieder nach draußen. Hey, 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 hey. So begrüßt du nach all dieser Zeit einen Zarentun? Ich musste es selbst sehen. Er hat noch nicht einmal gezuckt. Coole Frisur. Furchtlos wie die Zezua. Wie alt bist du, wenn man fragen darf? Was schätzt du denn? Das kommt darauf an, ob ich das Ziel war. Finde ich immer sehr interessant, wie die Leute schätzen. Mein Name ist Nessim Oloekdan von den Zezua. Und kein Krieger auf Pandora kann unsere Speere besiegen. Dann hast du uns nicht kämpfen sehen. Ich habe gehört, du hast diese Webe aus ihrem Baum gelockt. Aber die Himmelsmenschen zerstören unser Land auch. Wir kennen sie. Nur zu gut. Ich hole einmal. Das ist geil. Alle schätzen mich zwischen 33 und 36. Weiß nicht, ob es noch in einer jüngeren Art liegt. Oder an meinem noch jungen Aussehen. Aber tatsächlich werde ich nächsten Monat 45. Das ist schon ein bisschen älter. Ein bisschen. Quasi ein alter Mann. Ich muss zwar sagen, durch die Psyche, ne? Durch die Verkorkste. Habe ich mich die letzten 10 Jahre wie 55, 60 gefühlt. Bereite dich vor, bevor du die Selbstverzeige aussuchst. Der Weg zur Höhenpräby ist sehr weit. Einiges besser. Muss ich hier Pferde aufnehmen. Anscheinend. Geh auf den Boden. Ja, ja. Ich weiß nicht, ist das in irgendeinem Land vielleicht ein Schimpfwort oder so? Ja. Ja. Muss man nicht verstehen, glaube ich. Was ist das? Treppenfußbaum. Naja. Ach, was selber zocken. Wofür bezahle ich dich denn? Ach so, ich bezahle dich ja gar nicht. Ne, alles gut, alles gut. Nur hier. Wow. Was ist denn mit dir? Der automatische Bot hier ist doof. Das Wort Japp hat er gesperrt. Zum Beispiel. Oh, ihr seid ja mal komische Bestien hier. Muss ich jetzt mal zugeben. Wir sind hier rumgekrabbelt. Und wohin vor allem. Da. Tirolimo. Hey. Oh. Das sind nur schon ein paar, ne? ist achte hat man schon mal einen gefunden relativ anfangs vom spiel guckte die genau an siehst du das hat ja ja genau genau so noch ganz schön reingerieben da schlachtig doch nicht so dann muss ich dort voll benutzen auf tierjagd habe ich tatsächlich ein bisschen bock wenn ich dann auch entsprechend gelevelt bin ich hab's am anfang mal versucht da war ich noch nicht so aufgelevelt da war es ein bisschen schwierig ja direkt an die verwundbare stelle scheiße das war es der einzige alter war das ein donner habt ihr den gehört aber kein regen wo hat das gescheppert da sind sie ja die jungs ja abgeschlossen war schon die meditationsstellen gefunden eine alter mit dem controller ich hab's geschafft also ich hab's beim zweiten versuch geschafft beim ersten wusste noch nicht genau was zu tun ist aber am zweiten versuch geschafft aber wie ne wie auf eier laufen ja absolut ich mag's auch ich lass es dich wissen wenn ich noch mehr bestien sehe wir schaffen das lerngelegenheit sprich mit nevika ja viel zu geil meine schülerin neidu fühlt sich in letzter zeit gar nicht gut sie ist auf dem weg zur kolonie gestürzt ihre träume sind geplatzt ihre selbstvertrauen ist weg ja ich glaub lautstärke ist vollkommen okay sie wird es überwinden vielleicht braucht sie nur eine ermutigung begreifst du jetzt wie sehr wir euch brauchen die arana hey können gut weben aber sarenthu geben anderen hoffnung und mut neidu wird sich dir sicher anvertrauen jeder hört gerne etwas neues vielleicht bringt sie dir sogar das weben bei ich wusste gattnerd wird den mut in seinem herzen finden an dabeits unterricht da hinten hockt sie natürlich habe ich mir nicht doch die bären waren doppelt so groß warum verlangt nevika das von mir nevika hofft dass du mir das weben beibringen kannst kann da eine update oder so mir kommt das irgendwie viel flüssiger vor komisch wie sollte ich dir etwas beibringen ich besorge was wir brauchen nevika glaubt dass du viel zu lehren hast das kann nicht sein warum würde sie denn so etwas sagen das weiß ich nicht ich bin nur hier um zu lernen das heißt wenn du mich als schüler akzeptierst viel kann ich dir nicht beibringen aber ich schätze wenn du mir quetschmoos bringst kann ich dir vielleicht ein bisschen was zeigen da gibt es quetschkuchen das sind aber auch keine felsen im wasser wo das quetschmoos wachsen könnte da vielleicht ne da vielleicht auch in dieser kleinen insel da aber sonst hat es nicht wirklich so den anschein da perfekt für neto perfekt für neto perfekt für neto legendär da war das noch eins ausgezeichnet sogar ne so jetzt ist aber tipptopp ich soll es wir sind doch herstellen das sollte du was für eine bandage man muss heute für entwürfe da steht jetzt so nix ne naja ok wo ist schutz ne tu es schal da wir gehen in der herstellung zack zeug herstellen ha ha wow das ist spitze ich wusste dass ich dir nichts beibringen kann sind wir wirklich bereit für den krieg ok ausrüsten so jetzt können wir schnacken ist das alles kannst du mir mehr beibringen mhm du solltest lieber nevika fragen ich bin schlecht darin tut mir leid aber hör zu ich weiß dass du mein selbstvertrauen stärken willst aber nevika verschwendet nur deine zeit ich habe wirklich kein talent dafür oder für irgendwas so schön dich wieder zu sehen ok höre dich um mache ich was das ok das können wir spenden das ist ja cool ok dann hören wir uns mal um mach ich mein scharfschütze ist zurück komm noch unsinnig ok mit wem können wir noch quatschen wer bist du verzeih ich höre du hast schwierigkeiten mit netu nicht dass du meine hilfe bräuchtest netu glaubt sie können niemandem etwas beibringen da liegt sie falsch sie erkennt meine fehler bei der arbeit immer sofort manchmal sogar bevor ich anfange erst gestern hatte ich eine tolle idee für ein muster sie nannte gleich 15 gründe die mir klar machten dass die idee schrecklich war so kannst du mir dein muster zeigen vielleicht kann ich damit ihre aufmerksamkeit wecken oh wirklich du möchtest dass ich es dir beibringe wow dieses gerede über den krieg macht mich nervös ja beginne herstellung vielleicht sollte ich auch ja gerne lernen neue ausgezeichnet kann ich jetzt schon ok das darfst du nicht tun bitte hör auf fehlt auch noch was der sarantu und etua hatten am ende doch recht was die king lore angeht nochmal das muster ist grauenvoll hat daewu es dir beigebracht daewu unterrichtet mich gerne ich habe sonst niemanden daewu und deine dummen ideen die anderen clans werden denken seine arbeit stünde für alle aranahe wir brauchen trockenes himmelsfelsenmoos es wächst in der grenzenlosen weite schwer zugänglich du musst dorthin fliegen ja lehrerin bitte nenn mich nicht so ich möchte nur helfen so gut ich kann aber irgendwo war doch so ein kleiner see oder so ne ich krieg da was angezeigt aufrüstungskorb ok zeig ich kann ausrüstungskorb oh guck mal hier ist das das super quetschmoos jawoll himmelsfelsen quetschmoos jawoll jawoll ok ok so find ich da was für den kleinen mann okerschmuck geil jawoll jawoll hier wie ein panzer fliegender panzer ok gehen wir mal da hoch wo ist das denn gesichtsbemalung ok sagen gibt's die gibt's gar nicht noch zum korb grundlegende bänder grundlegende bänder aha guck an süß muss aha perfekt für nato ja ich wollte das sagen so wie das geleuchtet hat muss das ja perfekt sein mhm 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 ein mhm hier weiter ja komm hat er jetzt gar nicht angenommen die quest okay ja da lang da lang ist noch eins geht dann in die richtung beobachten das totem blickt zum riesigen bogen empor eine solide hohe felsformation und doch fühle ich ich fühle wie viele unserer leute sind unter diesen steinbögen hindurch gezogen war es vielleicht ein treffpunkt für freunde es wirkt seltsam einladend selbst nach generationen steht es noch als ob es mich zu hause willkommen heißen möchte headshot danke für die gaben war es auch nur gut so ein quatsch finde ich dann halt ja jetzt habe ich ein danke für die gaben es war sogar beautiful so schön dich wieder zu sehen danke natus schal hatten wir den nicht schon es ist das richtige jetzt meiner zeigt es an so das und das und los du bist gut mit diesem muster tu selbst ich mich schwer ähm ja wie das halt so ist ne das ist gut du kannst das alles viel besser als ich deine technik erleichtert es mir unsinn du hast das moos gefunden und das stück selbst gewebt du hast es mir beigebracht du bist eine wundervolle lehrerin natus wie nevika und dahewu gesagt haben ich warte nevika hat das gesagt und dahewu klar sie wissen wozu du fähig bist selbst wenn du nicht an ich glaubst danke es war wirklich schön mein wissen mit dir zu teilen hebe die neue kinglor königin auf aha so wie heißt er nimm die kinglor königin auf meine freundin es wird zeit für ein neues nest für euch es gibt einen rückplatz für die kinderkönigin südwestrichters heimatbaums am jäger cup kämpfen schwimmen fliegen und reiten erhöhen die stressbelastung ah ja da hat er von gelabert dass man so vorsichtig sein muss und wasser meiden soll gibt er mir wenigstens hinweis sei ja okay ach so nicht wenn stressbegel okay na dann grafikfehler da schon wieder nein nicht abstürzen nicht abstürzen ist vorhin schon passiert und ich verstehe nicht warum hat die feuchtig aber auch wieso streikt der stress level kämpfen schwimmen fliegen und reiten wenn die stressbelastung war bei dir auch so okay dann ist das quasi gescriptet ach so ist das so eine mottenkönigin oder wird wenn mich die ganzen motten hier schon begleiten gucken dass da keine wildtiere in der nähe sind auch wie lange das angezeigt wurde das ist ja geil ist mir noch gar nicht so aufgefallen so rein mit dir mir ist das spiel damals so oft abgeschmiert aber seit ich die pc reparatur habe laufen lassen kam das nicht mehr vor aber okay alles wieder gut ja dann lass uns weiter ziehen also ich denke eher dass es hier ein bisschen überlastet ist das system muss bloß nicht nass werden stimmt ich meine ich habe das hier auf volle pulle alles auf ultra und da läuft ja noch neben nebenbei ob es mit zum streamen und zum aufnehmen da ist dann die belastung doch schon recht hoch für den am pc aber gut es ist jetzt keine ahnung wie viele stunden habe habe ich da jetzt schon 20 25 und es ist zweimal abgestürzt also es geht eigentlich noch oh nicht rennen oh nein jetzt muss ich aber rennen ja ne klingt klingt plausibel na klar sollte das öfter mal vorkommen auch ohne grund werde ich dich auf jeden fall kontaktieren so gehen wir mal da hoch so gehen wir mal da hoch mein pc war frisch gebaut auf level für das game deswegen muss bei mir irgendwas falsch laufen ja ja klar klar also der pc ist auch nicht alt wann habe ich den gekauft im dezember oder januar ich weiß gar nicht mehr also der ist ziemlich gut tatsächlich Alan Wake 2 wir sind fast da gleich geschafft kennst wahrscheinlich ne ähm wo jeder hier auch zu spiele magazine oh das ist zu heftig muss man runterschrauben die performance blablabla also ich habe es ohne probleme auf ähm ultra einstellungen mit raytracing und all den pipapo zocken können wo ich sehr begeistert war und daher sollte gehen gleichfalls auch zusammengebaut nicht fertig gekauft ja das ist der also ich habe das ich habe immer selber gebaut und mein letzter rechner der hinten am sim rig dran ist geschafft das war der erste den ich mir als komplett pc gekauft habe der zehn jahre habe ich den in gebrauch gehabt und jetzt habe ich mir dann halt nochmal so ein teil geholt weil ich habe mir beim Kumpel was das war schon und dann habe ich mich auf dem was ist das war auf dem der die die das das wir haben das das ich das das